Indiana Pacers Teamcheck, wir sind mittlerweile beim dritten Team angekommen. 30 Teams in 30 Tagen, genau zum NBA-Saisonstart werden wir fertig sein mit dieser Serie. Wir hatten schon die Boston Celtics, wir hatten gestern die Houston Rockets, wo ich einen unglaublich nervigen Fehler gemacht habe. Ich habe mich so aufgeregt danach, als ich die ganzen Kommentare von euch gesehen habe. Ja Leute, Overtime Elite bedeutet nicht G-League. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf da falsch connected hat, aber in meinem Kopf war Overtime Elite, hat das irgendwie übersetzt in G-League Ignite und dann dachte ich, ja okay, klar, Armin Thompson war in der G-League, aber nein, er war in dieser komischen Overtime Elite Liga. My bad. Glaubt mir, ich habe mich darüber so hart abgefuckt, weil das wirklich ein Video war, wo ich eine Menge Research reingepackt habe, weil das Thema natürlich mit Kevin Porter Jr. auch so ein heikles, sensibles war und ich wollte da wirklich korrekt kommen in dem Video und dann verkacke ich so eine Kleinigkeit mit diesem Armin Thompson Ding. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber egal, wir haben heute eine Menge vor. Ich muss heute zwei oder drei Videos machen, weil ich werde am Wochenende in München sein, beim Saison-Opener von Bayern München Basketball. Sag gerne Hallo, wenn ihr in der Halle seid, aber warum ich euch das erzähle ist, ich muss deswegen ein bisschen vorproduzieren, weil ich werde drei, vier Tage gar nicht hier sein. Und wir haben ja gesagt, jeden Tag kommt ein Video, jeden Tag kommt eine Preview auf eine Mannschaft. Deswegen ist heute ein bisschen viel, Podcast-Recording ist auch noch gleich, aber wir starten jetzt mal rein. Die Indiana Pacers, eins der besten jungen Teams in der NBA. Wir können uns hier mal angucken. Klar, die Zugänge, Abgänge, Draft, alles reden wir auch gleich drüber. Aber eigentlich müssen wir erstmal über den MoFo hier auf dem Foto reden. Tyrese Halliburton. Der Junge ist mittlerweile wirklich einer der zwei besten jungen Guards in der NBA. Ich denke gerade wirklich nur an SGA und an ihn. Luca klammer ich ein bisschen aus, weil ich finde, Luca ist nochmal auf einem komplett anderen Level. Aber ganz ehrlich, es ist für mich zwischen Halley und SGA, das ist unfassbar, was der Typ in seiner, was war das jetzt, dritte, vierte Saison abgerissen hat. Der macht 20 Punkte, 10 Assists, trifft fast 50 aus dem Feld, 40 von der Dreierlinie, fast 90 von der Freiburflinie. Und jeder, der Team USA gesehen hat bei dieser Weltmeisterschaft, weiß, Tyrese Halliburton macht, egal in welchem System und egal mit welchem Spieler um sich herum, seine Mannschaft immer besser. Das ist so ein teamdienlicher Spieler, der hat mehr Freude daran, den entscheidenden Assists zu geben, als selber den Bucket zu scoren. Es war erschreckend, dass Jalen Brunson, einer der besten Scorer der NBA, gebencht wurde bei der Weltmeisterschaft, damit Tyrese Halliburton spielen kann. Also ich will ihn wirklich gleich am Anfang am meisten hervorheben. Mit Halliburton steht und fällt dieses Team. Er hat vollkommen zu Recht diesen absurden 250 Millionen für fünf Jahre Vertrag bekommen, weil er ihn auch einfach verdient hat. Es ist absurd, wirklich. Aber wir gucken es uns jetzt mal ein bisschen an. Also bei den Zugängen haben wir Bruce Brown und Obi Toppin. Da haben die Pacers ohne Scheiß schon mal ziemlich gecashed, weil zum einen Bruce Brown ist gerade NBA-Champion geworden, hat er eigentlich den Denver Nuggets noch versichert, nee, nee, ich bleib safe, ich bleib safe in Denver. Hat dann aber das geilere Angebot bekommen aus Indiana. Eine Menge Kohle natürlich, aber wenn du einen NBA-Champion haben willst und Bruce Brown hat sich wirklich auch bewiesen in diesem Playoff-Run bei dieser Meisterschaft für Denver, dann musst du halt ein bisschen overpayen, aber das ist okay. Das ist wirklich okay, vor allem jetzt, wo die Gerüchte wieder sehr laut werden, dass Buddy hier getradet werden soll bei den Pacers. Er wird nicht bei der Mannschaft verlängern, dementsprechend ist er kein Teil von der längeren Zukunft. Da ist es wahnsinnig wichtig, dass man einen Spielertyp wie Bruce Brown geholt hat, um das, was Buddy gebracht hat, so ein bisschen zu kompensieren. Und dann, wenn wir uns die Obi Toppin-Verpflichtung angucken, da muss man sich eigentlich fragen, sollte New York hier wegen Diebstahl klagen? Weil Obi Toppin wurde getradet für zwei Second Rounder, glaube ich. Was ist das für ein Trade? Warum gibt man Obi Toppin einfach für den wenigen Gegenwert her? Ich meine, den Pacers kann es total egal sein, weil sie haben jetzt Obi Toppin, damit haben sie entweder einen Starter oder einen sehr, sehr guten Benchplayer, je nachdem, wie Jairus Walker sich entwickeln wird. Das ist der Draft-Pick oder der erste Draft-Pick, den die Pacers hatten in diesem Draft. Nummer 8, Jairus Walker, ein unglaublich krasser Athlet, sehr, sehr starker Verteidiger, jetzt schon NBA-ready vom Body her. Und das Coole ist, er kann entweder den Vierer spielen neben Miles Turner und macht dann mit Miles Turner zusammen einen der ekligsten Defensive Backcourts, den es in der NBA gibt. Oder man spielt ein anderes System und man stellt ihn auf Small Ball 5. Also man nimmt ihn als den Center und spielt drumherum ein bisschen kleiner. Das funktioniert beides. Wenn er sich offensiv noch irgendwie Würfe herausarbeiten kann oder einfach ein paar Buckets, ein paar Abstauber, dann wird das, glaube ich, eine sehr, sehr starke Rookie-Season direkt für ihn. Und apropos Rookies oder junge Spieler, wenn wir uns dieses Roster von Indiana mal angucken, dann werdet ihr sehen, die sind alle so verdammt jung. Ich meine, Tyrese ist 22 oder ist er mittlerweile 23? 23 mittlerweile. Okay, das sind quasi die Altersangaben aus der letzten Saison. Du hast mit Miles Turner jemand, der 26, 27 ist. Matherin, Benedikt Matherin, letztes Jahr Runner-Up für den Rookie of the Year, 20, 21 Jahre alt. Andrew Nembhardt, 23, Neesmith, 23, Jordan Nowara, 24. Selbst TJ McConnell ist mit seinen 30, 31 jetzt noch nicht so alt, wo du sagen musst, so, boah, der gehört jetzt bald in Saltersheim zusammen mit Al Hoffa oder mit LeBron. Das ist ein Joke aus dem allerersten Video, was wir bei den Celtics hatten. Wir gehen kurz noch weiter. Also wir haben bei den Abgängen haben wir O'Shea Brissett und Chris Duarte. Ich finde, beide kannst du verkraften, vor allem dadurch, dass du so viel Qualität dahinter hast. Also sei es Matherin, sei es ein Nembhardt, sei es ein Aaron Neesmith, der davon, glaube ich, ziemlich profitieren wird. Jordan Nowara habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Aber insgesamt kann man auch sagen, die Pacers haben enorm viel Shooting. Die haben einen sehr, sehr guten Frontcourt, der verteidigt. Die haben insgesamt ein ganz gutes Defense-aufgestelltes Team, will ich sagen. Du hast auch noch einen Daniel Theis. Über ihn haben wir noch gar nicht geredet. Der war das letzte Jahr verletzt, war dementsprechend überhaupt kein Faktor bei Indiana. Hat, glaube ich, überhaupt kein Spiel gemacht oder nur ganz wenige. Aber hat jetzt natürlich auch mit der Weltmeisterschaft im Rücken einfach auch nochmal von der Rolle, die er dort haben wird, nämlich von der Bank kommen und Miles Turner und Jaros Walker, je nachdem, so ein bisschen den Rücken frei halten. Auch das wird sehr, sehr gut funktionieren. Also wenn ich mir diese Mannschaft angucke und wenn ich mir vor allem angucke auch, wie lange jetzt natürlich die ganzen Jungen irgendwie auch noch ihre Verträge haben. Ey, das ist wirklich eins der stärksten Teams in der Eastern Conference, was du über die nächsten Jahre auf jeden Fall safe für die Playoffs einplanen musst. Ob sie dieses Jahr schon safe in die Playoffs gehen, also wirklich eins bis sechs, weiß ich noch nicht. Ich denke eher, dass sie in einem Play-in-Spot sein werden. Wir werden da heute übrigens auch länger im fünften Viertel drüber reden, weil wir heute genau diese Spots ranken in der Eastern Conference, Platz 10 bis Platz 6. Und da werden die Pacers auf jeden Fall mit drin sein. Und ja, ich sag's nochmal, dieser Buddy-Yield-Trade oder der jetzt bald ansteht, dieser Buddy-Yield-Trade, der wird natürlich wehtun, weil Buddy-Yield ist halt einer der besten Dreiershooter ever wahrscheinlich, wenn du dir die Quote anguckst. Und das ist nie gut, wenn du so einen Spieler verlierst. Vor allem, weil er auch noch ein paar Jahre auf dem Level spielen wird. Aber scheinbar wird man sich da nicht einig, scheinbar passt er nicht in die Timeline oder er fordert mehr, was die Pacers geben wollen. I don't know. Am Ende des Tages, er wird jetzt getradet werden. Im Moment, finde ich, stehen die Pacers als eines dieser jungen Upcoming-Teams mit am besten da. Die haben so viel Potenzial auf fast allen Positionen. Die können von allen Positionen schießen. Die haben sogar auch noch eine Bank, die mir gefällt. Und halt Halliburton, wie gesagt, wirklich dieser Faktor. Ich meine, die Pacers geben dem nicht umsonst 250 Millionen für fünf Jahre. Das ist nicht einfach nur so, ja, okay, wir haben diesen Vertrag rumliegen und irgendwen müssen wir ihn geben. Nein, Halliburton verdient den wirklich. Genauso wie ein Anthony Edwards diesen Vertrag wirklich verdient, weil das einfach Spieler sind, wo du jetzt schon absehen kannst, im jungen Alter von 23, dass die die Liga absolut dominieren werden. Sollten die sich jetzt nicht verletzen. Und deswegen will ich nochmal betonen, du hast dieses ganze Spielermaterial. Ja, du hast viele Young Guys natürlich auch. Das birgt ein bisschen Risiko. Du hast ein bisschen Verletzungsanfälligkeit bei dem einen oder anderen Spieler. Ja, Risiko hast du immer. Wenn du mir dieses Roster ergänzt mit einem der besten jungen Pointguards und vielleicht dem allerbesten Playmaker in dem Alter, dann ist das Ceiling wirklich verdammt, verdammt hoch. Und der Osten ist sowieso anders als die Western Conference. Gut, wir haben die Western Conference jetzt auch noch nicht groß behandelt. Wir werden da auch noch tiefer reingehen, auch im Podcast. Und dann gucken wir mal, ob meine Vermutung da richtig liegt. Aber ich finde, dass der Westen deutlich stärker ist. Also vor allem so im Mittelfeld bis aus den Play-In-Plätzen raus, denke ich mir echt so, ey, wie will man überhaupt diese Rotation da knacken? Wie will man da überhaupt reinkommen? In der Eastern Conference, finde ich, gibt es einige Teams so in den Top 10 letzte Saison, wo ich sage, ey, ich weiß nicht, ob die gut performen werden. Ich habe das Gefühl, die werden ein bisschen runtergehen. Manche fallen vielleicht sogar komplett raus. Also da gibt es wirklich viele Teams, die stehen so viel schlechter da als die Pacers. Deswegen, die haben auf jeden Fall sowieso noch ein paar Jahre Zeit, jetzt auch, wo sie Halliburton gesaved haben an die Franchise. Aber die haben eigentlich schon alles vom Potenzial, von den Positionen her, was du brauchst, um wirklich zu gehen. Weil sie können groß spielen, sie können klein spielen. Sie haben Shooting, sie haben Defense, sie haben einen guten Playmaker. Sie haben nicht diese Spieler im Team, wo du sagst, oh, denen wird jetzt bald das Ego zu Kopf steigen. Du merkst schon, dass es da irgendwelche Sachen aus dem Locker Room gibt oder sowas, was man nicht gerne hören möchte. Also die gefallen mir richtig, richtig gut. Und wenn jetzt so jemand wie Jairus Walker zum Beispiel richtig einschlägt und direkt einen Impact macht, ey, ganz ehrlich so, dann sind die für mich auf jeden Fall eins der besten acht Teams in der NBA. Wobei, wobei, ey, ich habe mich gerade versprochen. Ich meinte Eastern Conference. Dann sind sie auf jeden Fall eins der besten acht Teams in der Eastern Conference. Und dann gucken wir mal, wo ihr Ceiling ist. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich will die nicht in dem Play-In-Game treffen. Ich will die auch nicht in der ersten Runde in den Playoffs treffen. Höchstwahrscheinlich als Contender, wenn du die Celtics bist, wenn du die Bucks bist. Je nachdem, was mit Philly passiert, sagen wir, Philly ist auch noch ein Contender von mir aus. Du wirst höchstwahrscheinlich gegen Indiana gewinnen. Das wäre schon ein Riesen-Upset, wenn die dich in der ersten Runde raushauen. Aber in zwei Jahren zum Beispiel ist es überhaupt nicht gesagt, dass du Indies schlägst. Weil so gut, wie die jetzt schon sind, lass einen Spieler da vielleicht noch einen Step nach vorne machen. Matherin ist fucking 20, 21 Jahre alt. Also da kann so viel passieren in den nächsten Jahren. Ja, ich bin hyped auf dieses Team. Ich bin wirklich gespannt, ob ihr genauso optimistisch seid, was dieses Pacers-Team angeht wie ich. Vielleicht seht ihr es auch ein bisschen pessimistischer. Vielleicht meint ihr, ich übertreibe gerade auch ein bisschen. Kann auch sein. Vielleicht habe ich mich da gerade jetzt selber in der Research auch so ein bisschen reingequatscht. Das passiert übrigens bei jedem Team. Bei jedem Team bisher, wo ich mir angeguckt habe. Außer bei den Raptors. Die Raptors sind eine Mannschaft, werden wir jetzt auch im Pott drüber reden, wo ich wirklich während der Recherche immer mehr gemerkt habe, ey, warte mal, ich hatte eine viel höhere Meinung von denen, bevor ich die Research gemacht habe. Und jetzt eigentlich so mit jedem Ding, was ich mir angucke, denke ich mir, ey, nee, Alter, die Raptors sind voll am Arsch. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Da werden wir auch noch drüber reden, über Dennis' Zukunft auch. Bei den Raptors, wir werden auch noch das Video bringen, kann Dennis Schröder ein All-Star werden in der nächsten Saison. Das hatte ich angekündigt. Dann kam die Challenge dazu. Deswegen, ich mache jetzt gerade erst mal die Challenge. Ich finde auch, dass das Dennis-Video vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt besser passen wird. Deswegen, das ist aufgespart. Wird aber kommen, macht euch da keine Sorgen. Und ja, wie gesagt, gebt gerne Feedback. Wenn mir mal ein Fehler passiert, seht mir das nach. Ich gebe wirklich mein Bestes. Und ey, Overtime Elite, Alter, es ist nicht G-League. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich weiß nicht, was da nicht connectet hat in meinem Kopf. Aber okay. Ey, Leute, das war es jetzt von mir. Danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, weil wir machen 30-Tage-Challenge, jeden Tag ein Team. Bis dann, haut rein. Peace.